Ich bleib ganz ruhig. Ja, ich bin dran. Bin ich. Ja, und jetzt gehst du nach unten. Ach, ich muss ja unten gehen. So, und jetzt? Ja. Und jetzt? Runter, runter, da wo ich bin. Jetzt, äh... Ach, noch mal. Gehen. Von außen soll es ja. Also, innen hab ich noch nichts gemacht, wenn er nur von außen sitzt. Nur mal die Fassade ein bisschen. Oh, lol. Was denn jetzt, manches? Warte kurz. Ach, verdammt. Hier, beim untersten musst du das rote zu TNT machen, wenn das geht. Mein Pferd, verdammt. Da musst du aufpassen, da hab ich ein kleinem Wasser vorgebaut. Ach, ne. Schaut echt geil aus. Musst mal ein bisschen ins Meer rausschwimmen und dann da hochschauen. Ich find, das schaut echt mega geil aus. Wir hätten ein Boot bauen sollen. Ist einfacher gewesen. Wer auf zu sterben fährt, verdammt. Tod? Sieht erst recht aus wie ein... Genital. Das ist nur schwarz, oder? Achso, das ist auch obsidian. Aber es schaut gut aus. Gibst du? Sag ja. Vielleicht. Fuck. Ja. Ähm, ne. Das ist ne blöde Farbe, aber ich klär das nicht nochmal. In der Mitte muss Gold rein, statt Rot. Wieso hängt hier ein Teppich auf dem Boden? Kannst du hier sein? Hm, ja. Darunter ist Glowstone, damit es rot beleuchtet ist. Ah, okay. Ja. Schaut besser aus dann. Affiniert. Mhm. Okay. Ja. Ja. Ja, ich muss grad was fragen. Gold ist schon mal cool. Mach mal, statt TNT Diamanten rein. Kann ich mal sehen. Und Hilfe, wie findest du mein Haus? Das ist doch das direkt daneben, ne? Oder? Neben oben. Nein. So. Das ist das neben Messers. Ey, Emerald Blöcke? Das ist der Wunsch. Ach, das ist dieses Runde dann mit den Fliegen in der Mitte, ne? Was? Emerald Blöcke ist der Wunsch, tut mir leid. Schön ziemlich cool, oder? Dann ist auch das letzte, dann reicht es auch schon. Dann hast du alles für mich getan, was du tun konntest. Also oben soll rot bleiben. Ja, oben soll rot bleiben. Obwohl, mach mal oben Gold dafür. Also auf der Live-Map sieht's auch ganz gut aus. Also von Weißen, das ist ziemlich cool aus. Oben Redstone Blöcke wär cooler. Ich bin fehlerisch, ey, verdammt. Was brauchst du da jetzt eigentlich? Irgend so ne, so ne Tafel halt, oder? Und klingt mir auf jeden Fall Wunsack. Ja, das weiß ich. Nein. Fuck you. Oh. Ach, Hoden. Ja, natürlich. Ich muss erstmal mein Zeug versuchen wieder zu holen. Woa! Ich sterbe jetzt nochmal zweimal dabei? Wo farmst du denn? Im Nether? Hoho. Ja. Dankeschön. Dann ist perfekt. Ja, dann mach die Karte. Wieso spawnen hier so viele Zombie-Pigments, ey. Was hast du? Was hast du? Die Karte hab ich schon die ganze Zeit gemacht. Guck mal her. Die ändert sich ja automatisch hier. Ich hoffe, es ist nichts von meinem Zeug in die Labe gefallen. Beziehungsweise in die Feuerflamme. Cool. Ja. Rot, Gelb, Grün? Bitte? Rot, Gelb, Grün? Ja, das ist, äh, rot ist mein Helm, äh, gelb ist der von Edelmann und grün ist der von Fapsi. Äh, ja, da muss ich jetzt wieder zurücklaufen, ne? Oh, oh. Oder man macht das so. Haha, danke. Fuck, hey. Stell ich mit Sicherheit auch wieder. Ne, ich hab's überlebt. Ich hab mal im Singleplayer, ich hab im Singleplayer durch diese Karten, äh, mal, ähm, nen ganzen Fernseher gebaut. Gute Arbeit, ey. Gute Arbeit, ey. Das waren insgesamt acht Karten. Riesengroß, ey. Und ohne, äh, wie heißt es, äh, ja, dieses alles markieren und ausfüllen lassen und so'n Scheiß, ne? Dann bin ich alles selber ausgefüllt, jeden Block. Er hat Cobblestone da vorne bei mir am Eingang hingesetzt. Und Schulzpfeifen Ich bedanke mich, ich gehe dann mal wieder zu meinen anderen Leuten Dann gehen wir zu den anderen Leuten Tschüss Ihnen User left your channel Also man merkt schon wieder den Unterschied zwischen einer normalen Spitzhacke und einer Diamantspitzhacke mit Enchantments Schon deutlich angenehmer wieder Ich habe mir dein Haus angeguckt Und? Ja, nein, gut Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, soll man jemanden halten Hat meine Mama mir schon gesagt Oh Dann sage ich, hier ist jemand oder dein Haus auch nichts Oh, hier ist einer Richtig, die Worte verschlagen hat Dafür hat Hebeku und ein Wald auf seinem Grundstück Nein, nur der Soiletten Ja, das... Ah Wo bist du überhaupt? Und wo... Wie meinst du... Hier wird mich auch gefüllt, ne? Ich weiß Ich bin auf der großen Fläche mit Koppel Aber du wirst mich nicht sehen können Du bist in der Wahl nicht Wegen der Wahl nicht, geh näher Genau da Da war er Hast du den gesehen? Mhm Und? Ne, nix Diamanten Yay Äh... Ich glaube, ich mache das doch mit dem zehnten Teil Dann brauche ich nie mehr Diamantenformen gehen Ich komme alles durch den Hefekuchen gesponsert Ich sage nix Was? Nix Gar nix So gut Ist schon wieder was schlechtes? Hab Na, was? Nix? Ja? Habt ihr euch heute schon den neuen Snapshot angeschaut? Mhm Aber nicht so gut wie der letzte Viel Command Blocks Ja, geht, aber das mit den Skins ist ganz schön geil Ja Aber ist jetzt kein Grund Finde ich Den Jubel auszubringen Da fand ich den letzten geiler Ja, okay, aber du kannst ja nicht von jedem Snapshot erwarten Dass da so viel neu passiert Ich würde gerne von dem Von dem Snapshot erwarten, dass Ähm Dass man endlich Half Slabs Aufeinander platzieren kann Verschiedener Farben, meinst du? Ja Mhm Wär ziemlich geil Dass man eine Möglichkeit hat Zum Beispiel eine Decke Nur einen dick zu machen Aber dann Zum Beispiel die Decke Vom Vom ersten Stock Und der Boden Vom zweiten Stock Dann halt unterschiedlich Aufsehen Das ist schon was coole Aber wenn ich dich bauen kann Ist mir das egal Mit dem Mit dem Teppich kannst du es ja theoretisch machen Na gut Die Decke quasi von dem einen so machen Und dann mit den Teppichen Den Boden von der anderen Aber hast halt dann auch nur 16 verschiedene Wolle Farben Ja und dann halt nur Wolle Genau, ja Mal gucken, inwiefern es ist Danke für die Schilder übrigens, Hefer Bitte Ich wollte es dir nur sagen Das ist Das Ne Hör Hefer Von Von 5 Diamond Oh 60% Seid Wenn du mit mir meinen gehst, ne? Kannst du mich nicht bescheißen, was weißt du hoffentlich? Ja. Ich ne, ich hab keine Dios gefunden. Nein! Will Lapis auch angezeigt? Das tue ich nämlich gerade. Nein, Lapis braucht doch eh keine Sorge. Ja. Ja. Im neuen Snapchat dann aber. Oder im neuen. Was ist denn da dann? Da brauchst du zum Enchanten brauchst du Lapis. Wie? Ja. Du hast doch drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ja. Und das erste Auswahlmöglichkeitsteil kostet einen Lapis, das zweite zwei und das dritte drei. Ja gut, das geht ja gerade noch. Das ist echt billig, ja. Vor allem Lapis mit Fortune, da bekommst du ja pro Block, ich keine Ahnung, 30 Stück raus oder so. Ich hab jetzt einiges. Also Lapis hast du so schnell so viel zusammen. Das ist doch das Schlimme, weil wenn du vorher VCs gespielt hast, wo du es ständig brauchst, ne? Ja. Und dann plötzlich hier im normalen Minecraft baust du es immer ab, weil du denkst ja, du brauchst es ja irgendwann mal wieder, ne? Ja. Ja. Und ja, Pusse rufen. War ja dann nix, ne? Das ist das Coole in Minecraft eigentlich. Irgendwann ist irgendwie mal irgendwie was wertvoll. Mhm. Zum Beispiel Rottenflash wird wertvoll. Ja, zum Beispiel. Ehrlich? Ja. Ja, doch, die Villager. Die haben dann einen Trait damit. Ach, hm. Alles was der früher, oder in Minecraft darfst du echt einfach nicht sagen, ja, brauche ich eh nie. Weil irgendwann kommt mal ein Snapshot daher und der macht dann Kabusch. Mhm. Boah, leck. Am Montag kommt die Troll zu mir. Ach, ach, endlich. Sag dann schöne Grüße von mir. Oh, yeah. Mann. Die lassen einfach nix droppen, diese Viecher, das ist ein Witz. Mhm. Du kannst dir stundenlang fahren. Ach, nee. Hm, was? Der Verschollene kommt zurück. Ja, ich kann auch wieder gehen. Nee, hoffentlich. Ja, wenn ich keinen FTB spielen kann, möchte ich irgendwas anderes machen. Guck. Ja. Braucht jemand Sattel oder Rüstung? Ja. Bitte, kauft's mir ab. Bitte, bitte. Für wie viel? Kommt so voll viele Sattel, du kaufst so Rüstung. Hast du mir die Rüstung? Hm? Die Rüstung? Hätte ich ein paar. Aber ich brauche eigentlich gar nicht. Das wird immer schlimmer mit dem. Ja. Das sind wie einige, die jetzt, naja, wie du sagst, anzügliche Bemerkungen machen. Nee, das ist fast nur da nicht. Ich hab grad nicht aufgepasst, um was geht's? Ja, das war aber gut. Nein. Du war gut. Du war gut. Ja, das war gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Fortune liegt noch bei mir in der Kiste. Oder wann habe ich noch eine? Die Fortune ist bei mir drin und wo ist die Slip Touch? Ist die echt verbrannt oder was? Ist er mit in Lava gefallen? Nee, ich bin relativ knapp an so einer Stelle, wo ein Garst hingeschossen hat, dass laut der Feuer war. Das ist komisch. Das ist jetzt schon die zweite Spitzenhockey, die ich verloren habe. Jetzt habe ich keine Slip Touch mehr. Ich bin gleich wieder Level 30, dann könnte ich enchanten und versuchen, was Gutes zu kriegen für dich. Ja, süß dann schon. Das ist böse heute, ich kann jetzt meine Ender Chests nicht mehr abbauen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Slip Touch brauche. Das finde ich immer noch ein bisschen blöd gemacht. Tja, hilft nichts. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich es nicht mehr so ein bisschen blöd gemacht habe. Was macht die Messer grau so? Ich guck mir grad von Nissel das Haus an. Und was hast du zu seinem Haus zu sagen? Bitte? Was hast du zu seinem Haus zu sagen? Bist du jetzt gut? Puh, semi-typische. Zu meinem Haus kommt nix. Ja, soll ich dir die Wahrheit sagen über dein Haus? Hast du das wirklich? Verkaufst du das schon? Nee, du sollst einfach nur sagen, dass es schön ist. Kann ich dann nicht. Dann würde ich mich selbst belieben. Tja, dann warten ab. Es wird schön. Es ist schon schön. Es wird noch schöner. Du hast keine Ahnung von Kunst. Abstrakt, ne? Abstrakt, ja. Kunst ist Kunst. Meinst du überhaupt dein Weststadt-GS oder das ist ein VIP? Das ist ja noch ausreichend. Und hast du mein Rad befolgt? Ähm, ne, ich hab mir dann eben noch die... Du meinst jetzt wegen dem Glas, oder? Na, wie? Weiß ich gar nicht. Ne, ich meinte wegen dem Glas. Ne, du hast mich wegen dem Glas gefragt. Bin der Dunstabzug sauber. Achso, ja, das hab ich gemacht. Ich hab dich gefragt. Und, wie sieht's aus? Ja, passt. Ich hab dich gefragt, Messer, wegen dem Glas. Ich hab'n Hefekuchen gefragt wegen dem Glas. Und ich hab'n Dogmec gefragt wegen dem Glas. Und jeder von euch hat was anderes gesagt. Ehrlich? Ja. Messer hat weiß gesagt. Du hast doch dunkel gesagt. Und, ähm, Dogmec hat dann mich dazu gebracht, dass wir einfach ein Mischmasch daraus nehmen und helles Grau nehmen. Also haben wir es jetzt ein bisschen hell, aber auch nicht so dunkel und wir hören mal. Messer, was machst du? Hm? Was machst du? Hm, mein Keller umräumen. Also, mein Lager umräumen. In Weichstadt? Also, von Weststadt nach VIP. Zwei Name-Tags und vier Settel. Oh, wie schade. Lass mich mal helfen, ich hab' grad eh nichts zu tun. Was willst du? Ja, add mich mal, dass... Ah, ne, Moment. Ich weiß ja nicht, wo den MIP gehst. Es ist... Wie komm' ich, ähm, nach Hoverhills? Am schnellsten, glaub' ich, mit dem Pferd. Hm, 40. Gibt's, glaub' ich, kein Warp. Also, ich bin damals mit dem Pferd hingekommen. Du musst mit der... Du kannst mit der Bahn fahren bringen. Oh, das ist so... Ich kann nicht Bahn fahren. Ich hab' kein Ticket. Ach, da kontrollieren sie nie. Echt nicht? Das wär' was cooles. Finden sie auch noch so, dass hier solche Fahrkarten oder Kontrolleure haben, wie sie nicht. Der kriegt meine Strafe. Zur Strafe wirst du dir zurück am Anfang gesetzt. Also, so'n, 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 äh, so'n, äh, so'n, ähm, hier, wie nennt's sich das? Äh, ein NPC, der sich, äh, hinter dir dann in so'n Minecart, äh, hinter dir halt wegfährt und mit so'n, wie so'n Warnblickenlicht auf'n Kopf. Genau. Waren sie bitte rechts ran. Aber das wär' ja wieder was für die Straßen eher. Ist ja witzig, ja. Messer? Mhm. Komm' mal kurz mit hoch. Ja, genau. Eine Sekunde. Ja. Ey, was ist'n los mit dir, du scheiß Witsch? Bist mich auch umguckt. Äh, wo sind denn hier noch geäst neben dir frei? Ja, ne? Ja. Jetzt frag dann. Hast du gespendet? Noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob neben dir was frei ist. Ja, ich hätte dir, ich hab dir die ganze Zeit gesagt, dass von Hefekuren es frei ist, aber dann bist du ja nicht in die Pötte gekommen. Und dann war Hefekuren schnell, also. Ja, aber du hast ja noch ein anderes neben dir. Nein. Das hier ist Troll. Das hier unten ist... Das ist ein Troll gemacht. Bis hier unten ist Elch-Züchter. Der könnte wegen mir wegbleiben, aber das soll ich noch machen. Ja, ich glaub' aber weiter hinten wird der Tunnel zu lang und zu klamisch. Ja, deswegen, ja. Wir sind keine... Spiel dir eigentlich neben besser. Ja, sieh mal ein Zimmer woanders hin, bitte. Also, welches noch am nächsten ist, das hier war glaub' ich Memo Reads, hm? Memo Reads. Ja, ich wollte grad fragen, wieso hinter dir nichts ist, aber jetzt seh' ich wieso. Also, das nächste, was frei ist, ist auch vergeben. Oh man, das war ich... So hab ich sie erst gemacht, ist aber auch eine Frage. Ja, Big Bang, die sind jetzt alle nur noch auf der anderen Branche. Dann chill' ich auf deinem US jetzt rum. Ja, ich mach' das. Wahnsinn, wie viele Leute doch da gespendet haben, gell? Oder wie viele Leute da sich so ein Grundstück holen? Ich muss... ich muss neue Grundstücke machen, Andi. Äh, ich dachte mir auch eigentlich, hier ist es relativ klein. Aber du wirst es nicht... Ich bin seit... Du wirst jetzt aber nicht zwischen den einzelnen Grundstücken noch andere setzen, oder? Hab' ich ja schon so fünf, sechs Stück oder so, wo es ganz schön weit auseinander war, weißt' ja? Okay, okay. Aber, ähm, nein, ich möchte, dass die jetzt so bleiben, und ich bin jetzt grad dabei, neu zu bauen. Siehst du auch schon auf der Live-Map? Auf der Live-Map hab' ich schon aktualisiert. Wann sich mal kicken. Da hast du doch die komische Straße, die ihr da so in Facebook sogar reingestellt habt. Genau. Ganz witzig. Und dann Richtung Norden. Da ist schon ein großes grünes Stück, was ich schon gemacht habe. Ich find's aber ziemlich cool, dass sie jetzt so ein bisschen, naja, un... ...gerade sind, also sozusagen ein bisschen, 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 naja... ...nicht so planmäßig wie... Findest du gut oder findest du nicht gut? Das findest du ziemlich cool, also besser als vorher, weil... Also, Big Bang Gow, da wo du grade bist, ne? Ja. Da könntest du ja auch noch ein Rundstück hinnehmen. Nein, da kommt keins hin. Ich will davor das Design. Da vorne kommt ein Leuchtturm hin, Messer, das gehört einfach da hin. Ja, das wird dann einfach auf meinem Gäß hin. Genau. Weil ich kann eh nicht bauen, dann kann einfach jemand auf dem Gäß hier bauen und ich hier... Ey, dann machen wir das so, ja? Ich mache dir da auch keinen Sound drum. Ja? So. Und dann kriegst du da vorne ein Grundstück, 50x50, du darfst den Keller benutzen und obendrauf kommt ein Leuchtturm. Ah, dann nimmt dir mir ja sogar Arbeit, da musst du ja gar nichts bauen, da drauf. Doch, ein Keller musst du bauen. Ja, das ist ja dann meine Sache. Ja. Hallo. 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 Eine begrennte Person. Ja, aber da ich den halt, da ich nicht bauen kann. Ich weiß nicht, wie du bist. Wer bist du denn? Ich bin unbekannte. Was machst du in meinem Gentle? Ah, okay. Wer ist es denn? Ich bin der Unbekannte. Sie mein. Achso, er wieder. Bäh, der schon wieder. Was macht der hier überhaupt? So kommt der überhaupt? Warum gehst du uns eigentlich immer auf die Nerven? Sie mein, was soll das? Den Kreisverkehr habe ich nicht saugeil gemacht, den du hinten reingesetzt hast, auf der anderen Seite. Den hat Sapuri-Teil gebaut. Ah, okay. Der Sapuri-Teil. Der Sapuri-Teil. Der Sapuri-Teil. Unser Franzose. Das ist mein Franzose. Mein Franzose? Okay, dann. Boah, da hast du ja Fett weggebrushed, ey. Gut, dass ich da nicht hingezogen bin. Da ist ja alles Erde jetzt, beziehungsweise das ganze Wasser weg. Aber der spricht besser deutsch als französisch. Äh, das weiß ich nicht. Der spricht besser deutsch als manche von uns. Mhm. Ich bin's auf jeden Fall schon gut besucht hier. Hast du jetzt gerade aufs Löffel geguckt? Mhm. Messer, wieso hast du keine weißen Schafe? Weil ich nur bunte Haare wollte. Ich hab die so gefunden. Du hast aber nur ein schwarzes und ein braunes. Ja, ich hab die so gefunden. Das ist verdächtig. Was ist denn daran verdächtig? Haha, jau. Ne, dazu sorge ich jetzt nix. Ähm, Messer? Ja? Du hast ja gesagt, dass du das aktualisiert hast, ne? Ja, das ist denn hier, ja. Noch das Grundstück so halb, also nicht aktualisiert und meins aber schon? Ähm, siehst du, dass bei Hoden da ein ganz kleines Stück braunen Fläche ist? So ein ganz, ganz klein bisschen braun. Äh. Siehst du das? Siehst du das? Wo denn? Mitten auf dem Grundstück. Ah, nee. Nein. Oh. Messer, darf ich mir bei dir in ein Home setzen? Ach, ich will nicht. Kannst auch bei mir einziehen, wenn du willst. Aber du schläfst auf der Couch. Haha. Dass das klar ist. Weißt du? Was willst du eigentlich? Hä? Nix? Dass du nicht böse bist. Ich will auch kein Dreck. Hm. Wenn du willst, kannst du dir auch die Miete ersparen, indem du meinen Keller aushebst. Äh, ich glaub, das wird er nicht tun. Und dafür hab ich keine Zeit und keine Lust. Haha. Weil ich da nur noch meinen ausheben muss. Wieso? Du hast doch gar keinen. Wir tun's doch bei mir. Ja. Ja, aber ich dachte, ich hab da nen Keller da beim Leuchtturm. Ja, aber bis dahin. Was bis dahin? Ja, bis du das Grundstück mal hast. Ja? Ja, ich hab's dann, wenn du's protectest. Nee, du musst erst mal spenden. Ja, das kann ich ja machen, aber solange da kein GS ist, würde ich ja nicht flinken. Doch, ich mache da ja extra kein GS hin, damit du das GS bekommst. Achso, damit's keine... Okay, alles klar. Passiert, nicht? Okay. Okay.